Musik Trotz Hafengeburtstag und bestem Grillwetter kamen an die 150 Zuschauer, um ihren HEBC lautstark zu unterstützen. Die Luruber in Rot-Weiß stehen im gesicherten Mittelfeld und können es daher ganz locker angehen. HEBC braucht die Punkte. Um das auch dem letzten seiner Mitspieler klarzumachen, meldet sich immer wieder Thorsten Wolgast zu Wort. Und es wirkte. HEBC jetzt hellwach, sehr engagiert nach vorn und daraus ergaben sich dann die Chancen. Hier allerdings leichtfertig vergeben. Die Hausherren hatten irgendwie keinen Plan. Es gab keinen, der eine zückende Idee hat, der das Spiel mal richtig lenkte. Und so konnte Luruber ab und zu mal einen netten Konter fahren. HEBC ließ den Biss vermissen. Selten wurde mal so dazwischen gegangen. Die wenigen guten Möglichkeiten, die die Gäste zuließen, wurden leichtfertig, ja fast fahrlässig vergeben. Schlecht ausgeführte Standards gaben den Rot-Weißen immer wieder Gelegenheit, bei Kontern ihre Laufwege einzustudieren. Das Fazit der ersten Halbzeit hätte sein können, viel Staub um nichts. Wäre da nicht in der 41. Minute Osmanow aus dem Nebel aufgetaucht und hätte nach einer feinen Einzelleistung doch noch das langersehnte 1 zu 0 erzielt. Die Zuschauer natürlich in Feierstimmung und voller Hoffnung für die zweite Halbzeit. Unter ABC-Trainer Alakon schien in der Kabine dann doch noch die richtigen Worte gefunden zu haben. Es wurde sofort nach vorn gespielt, um ein 2 zu 0 zu erzielen, damit endlich Ruhe ist. Aber dann, aus heiterem Himmel, der Bruch im Spiel. Es häuften sich die Fehlpässe. In der Abwehr dann wieder Unaufmerksamkeiten, sodass Lurub die Chance zum 1 zu 1 bekam, was aber vielbeinig verhindert wurde. Rot-Weiß wurde jetzt spürbar stärker. Sie drängten auf den Ausgleich, besannen sich auf ihre spielerischen Qualitäten und kamen so immer wieder zu Gelegenheiten vor dem Tor der Hausherren. Was natürlich ganz besonders einem nicht gefiel. Und wieder wurde sein Weckruf verstanden. Auf einmal wussten sie wieder, wo das gegnerische Tor steht. Und zielstrebig arbeiteten sie auf das 2 zu 0 hin. Aber immer noch nicht mit der letzten Konsequenz. HEBC kommt nochmal ins Spiel zurück. Die Standards werden jetzt auch besser gespielt. Und einer ist vorne zu finden, den es hinten nicht mehr hält. Auch in der Zeitlupe ist nicht genau zu erkennen, warum ausgerechnet hier ein Freistoß vorliegen soll. Dafür fiel der Torwart dann doch zu theatralisch. Nurup war jetzt gewarnt und ging wesentlich energischer in die Zweikämpfe. Man wollte unbedingt das 1 zu 1 erzielen. Und gleich wird die Nummer 5, Thorsten Wolgers, zur tragischen Figur dieses Spiels. Der aufwirbelnde Staub trübt den präzisen Blick auf die Situation. Und in Minute 82 bekommen die Gäste die Gelegenheit zum Ausgleich. Bevor es soweit ist, verabreden die beiden sich noch auf ein Bier nach dem Spiel. Schirousi lässt den Torwart noch ein wenig zappeln. Guckt ihn sich genau aus. Und schießt dann unhaltbar zum 1 zu 1 ein. Und während er bereits seine Sachen packt, pfeift Schilz sich da raue ein Spiel ab, das den Männern vom Rheinmüllerplatz deutlich macht, das im Abstiegskampf wesentlich mehr verlangt wird. Die Gäste dagegen haben getan, was nötig war. Und unterm Strich bleibt ein gerechtes 1 zu 1.